Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem weiteren YouTube Video auf meinem Kanal. Wir sind tatsächlich immer noch in Most, haben heute Sonntag und es steht in, ja ich glaube 25 Minuten das zweite Renn an. Nach einem sehr turbulenten Abend haben wir das Getriebe dank zwei Ersatzmotoren noch hinbekommen. Da ist wirklich auf dem Getrieberad vom vierten und dritten Gang wirklich so zwei Zähne einfach rausgebrochen. Die einen oder anderen haben es vielleicht in meiner Story gesehen. Motorrad steht wieder, Motorrad funktioniert. Ich denke, dass diesmal alles hält oder ich hoffe es besser gesagt. Und heute gehen wir auf Attacke. Wir haben gestern noch mal das Öl gewechselt, habe dementsprechend alles frisch gemacht. Heute Morgen bin ich aufgewacht, da hat dem Papa schon einen neuen Hinterradreifen montiert und heute wird definitiv angegriffen. Also, ich ziehe mich gleich um, warm gemacht bin ich und ich würde sagen, wir blenden euch heute einfach mal die ersten drei Runden von meinem Rennen ein, inklusive Start. Dementsprechend habt ihr ein bisschen was zu gucken, macht die Lautsprecher an und ich sage bis später. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Umgezogen bin ich jetzt auch wieder. Das war es auch schon wieder mit Moss gefühlt. Wir sind jetzt hier nochmal fleißig am Abbauen. Der Torrad steht schon da. Die ganzen Zelte sind weg. Wir beladen gerade den Transporter. Und ja. Ich bin glücklich mit einem Wochenende mehr oder weniger. Ein Sieg ist natürlich immer schöner als ein zweiter oder dritter Platz. Aber ich denke wir haben wieder sehr sehr wichtige und wertvolle Punkte mitgenommen. Danke für die Kameraübernahme. Und ja. Ich wollte mich noch einmal verabschieden. Noch einmal Danke sagen. Dass ihr wieder fleißig abonniert habt. Dass ihr euch die Videos angeguckt habt. Dafür ein großes Dankeschön unsererseits. Und wir packen jetzt alles zusammen. Wir müssen das Wohnmobil noch ein bisschen aufräumen. Und dann geht es für uns wieder nach Hause. Ich sage erneut danke fürs Einschalten. Bleibt gesund. Bis dahin. Euer Johann. Schein. See you back. 並ala. Du bist es. Mit Kai? Du bist. Des ist wandel打. Vf.